Der A5 von Bowers & Wilkins ermöglicht drahtloses Wireless Audio Streaming mit herausragender Klangqualität und fügt sich harmonisch in jedes moderne Wohnambiente ein. Mit seinem zeitlos eleganten Design und seinen kompakten Abmessungen lässt er sich praktisch überall positionieren und begeistert mit einer bemerkenswert detaillierten, natürlichen Musikwiedergabe. Ohne Dock und nur mit den wesentlichen Bedienelementen ausgestattet, ist der A5 zudem ein Musterbeispiel für zurückhaltend schlichte Eleganz und höchsten Bedienkomfort. Mit Hilfe der kostenlosen AirPlay Setup App von Bowers & Wilkins verbinden Sie ihn schnell und einfach mit Ihrem WLAN-Netzwerk und Sie können innerhalb weniger Minuten Ihre Musik drahtlos von iPhone, iPad oder einem Computer, auf dem iTunes läuft, in bester Klangqualität wiedergeben. Falls Sie weitere A5 oder den größeren Bruder, den A7, hinzufügen, können Sie Ihre Musik auch in jedem anderen Raum Ihres Hauses Wireless genießen. Wählen Sie einfach den jeweiligen AirPlay-Lautsprecher des Raumes an, in dem Sie sich gerade aufhalten und Ihre Lieblingsmusik begleitet Sie. Mit dem A5 ist es wirklich so einfach und bequem, seine Musik immer und überall drahtlos zu genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Sendung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020